hallo und herzlich willkommen heute bei love cooking heute habe ich bock und richtig bock auf pasta al burro con pamigiano dafür brauchen wir pasta in dem fall spaghetti burro butter parmigiano salz pfeffer das war's ich setze jetzt den kessel an für die pasta hier die butter und gut butter ja so viel butter nicht sparen an der butter ja das sind ja fast ein bodo so und die knallen wir noch mehr ein bisschen behalten wir für am ende ja das hier ein bisschen verteilt das wasser kocht jetzt wir sagen also pasta ist ganz klar die basis kennt jeder salz in das wasser spaghetti und jetzt warten wir bis die spaghetti gut sind ein bisschen parmigiano machen wir hier und jetzt kommt da kann ruhig ein bisschen wasser mit ein soll sogar ein bisschen wasser mit rein so und jetzt fangen wir an das ganze zu vermengen während ich diese sache vermengen wird jetzt hier noch ein bisschen nach gesalzt ein bisschen salz haben wir hier ein bisschen pfeffer ein bisschen pfeffer ein ein bisschen butter bei gegeben am piano sparen wir auch nicht und die ganze sache wird jetzt noch mal gut gut gemengt so gucken wie cremig das aussieht genau so soll es aussieht wunderbar wenn es jetzt so im fall wäre dass es zu dick alles wäre ja ist klar ein bisschen wasser ein bisschen wasser rein das kann man immer machen in meinem fall ging es aber jetzt und jetzt wird weitergerührt noch mehr parmigiano so und wir richten die ganze sache an so und der finito wenn euch dieser clip gefallen hat dann freue ich mich wenn ihr wieder dabei seid bei love cooking mein name ist domenico und ciao